Hallo liebe Freunde des Rechts, ich musste heute mal Stefan Homburg entblocken, um mal zu sehen, was da gerade passiert, was er verbreitet hat. Denn auf Twitter trendete Narkosedoc und mal wieder Homburg sperren oder irgendetwas in diesem Zusammenhang. Stefan Homburg hat eine bahnbrechende Erkenntnis. Er hat nämlich herausfinden wollen, dass die schockierenden und warnenden Erkenntnisse, die unter dem Account Narkosedoc verbreitet wurden, vielleicht nur Erfindung sind. Eine Fantasie, denn Narkosedoc hat auf Twitter immer wieder verbreitet, was passiert, was auf den Intensivstationen passiert, dass Menschen sterben, dass Menschen intubiert werden müssen, eine ECMO benötigen und dass sie sie häufig nicht überleben. Dass also tatsächlich wir eine Pandemie haben aufgrund einer Krankheit, an der man tatsächlich sterben kann. Und da wäre es doch großartig, wenn sich herausstellen würde, dass Narkosedoc nur eine Erfindung ist, dass er ein Agenturaccount ist, womöglich von der Regierung bezahlt oder anderen Interessenträgern, vielleicht der Pharmaindustrie, die uns mit schwarzer Rhetorik von Schläuchen im Hals zu erzählen, die in Wirklichkeit gar nicht existieren. Und insofern ist es durchaus spannend. Wer steckt hinter Narkosedoc? Gibt es wirklich die Schläuche im Hals oder sind die Schläuche und die tragischen Ereignisse auf den Intensivstationen nur Erfindung? Nun, ich habe Narkosedoc angefragt, ob er möchte, dass ich seine Identität überprüfe und dann im Schutze der Berufsverschwiegenheit des Anwalts das Ergebnis dieser Überprüfung mitteile. Und ich habe gerade mit Narkosedoc ein Zoom-Gespräch geführt und mir dabei alle seine Unterlagen, seine Approbationsurkunde, seine Urkunde zur Befähigung der Führung der Zusatzbezeichnung an Intensivmedizin, seinen Firmenausweis und seinen persönlichen Ausweis angesehen, das abgeglichen mit Angaben auf der Webseite, Angaben, die also nicht so leicht zu fälschen sind, weil sie von unabhängiger Stelle kommen. Und es stellt sich heraus, es gibt Narkosedoc tatsächlich und er ist tatsächlich promovierter Arzt, Approbiert, Facharzt für Anästhesiologie und er ist berechtigt, die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin zu führen und er ist beschäftigt in einem Krankenhaus in Deutschland und die weiteren Angaben und Erzählungen waren schlüssig, nachvollziehbar und überprüfbar. Das bedeutet deswegen nicht, dass diese Schläuche nicht trotzdem erfunden waren, aber die Person ist nicht erfunden. Und es gibt gute Gründe, warum Ärzte sich zurückhalten mit der Verwendung von Klarnamen, auch wenn es so sein mag, dass ein Herr Wodak überhaupt kein Problem hat, unter Klarnamen aufzutreten, ist es für die Ärzte, die in einer Klinik arbeiten und die mit Patienten aktuell arbeiten, schwierig. Denn sie unterliegen der Berufsverschwiegenheit, wie ein Herr Wodak vielleicht auch und auch Anwälte. Aber anders als Herr Wodak muss Narkosedoc die Berufsverschwiegenheit für seine konkreten Patienten wahren und kann nicht über Fälle berichten, wenn sie zuzuordnen sind. Das Gleiche gilt für mich, ich bin zwar mit Klarnamen hier unterwegs und man kann meinen Lebenslauf relativ leicht nachvollziehen, überprüfen, auch im Anwaltsverzeichnis nachgucken, ob ich tatsächlich dort existiere. Aber ich erzähle nichts von aktuellen Fällen, die der Verschwiegenheit unterliegen, sondern nur jene Fälle, wo aufgrund von öffentlicher Darstellung ohnehin bekannt ist, dass wir die Person vertreten oder wo eine entsprechende Einwilligung vorliegt. Für Narkosedoc wäre es schwierig zu erzählen, wir hatten hier diesen und jenen Patienten, der auf dem Bauch lag und dann trotzdem gestorben ist. Denn durch weitere Angaben, nämlich bloß die Informationen, wo er arbeitet, könnte man diese Menschen identifizieren. Und das wäre dann eine Verletzung dieser Berufsverschwiegenheit. Deswegen ist es wichtig und nachvollziehbar, dass Ärzte Pseudonym, und zwar mit einem nicht auflösbaren Pseudonym unterwegs sind. Und es sollte die Ausnahme sein, dass ein Arzt sich veranlasst fühlt, seine Anonymität aufzugeben oder gar zu beweisen, wenn auch an geschützter Stelle, dass er der ist, der er vorgibt zu sein, der er behauptet zu sein und der er tatsächlich dann auch ist, wie sie Prüfung ergibt. Die Verifikation, die Narkosedoc hier vorgenommen hat, sollte nicht Druck ausüben auf andere Leute, es genauso zu tun. Natürlich kann man immer kritisch hinterfragen, ob jemand, der eine Legende, eine Biografie erzählt, auch tatsächlich der ist, der er vorgibt zu sein. Es wäre übrigens strafbar zu behaupten, man wäre Arzt, wenn man es nicht ist, aber das kann man eigentlich erst herausfinden in einem echten Ermittlungsverfahren. Insofern ist das eine schwierige Situation für manche Ärzte, die einerseits ihre Berufsverschwiegenheit wahren müssen, auf der anderen Seite aber natürlich nicht vorgeben dürfen, einen Berufstitel zu führen, der ihnen nicht zusteht. So, Zufall viel zu dieser Geschichte. Ob jetzt darüber hinaus Stefan Homburg noch Straftaten begangen hat, indem er die Namen und Identitäten von anderen Journalisten veröffentlicht hat, sei auf einem anderen Blatt geschrieben und das wird Doccheck wohl näher eruieren. Was wir uns allerdings anschauen können, ist das hier unten. Also hier schreibt er, Fantasy-Accounts wie ein Narkosedock und so weiter sind Agenturteams, die Menschen in Angst und Schrecken halten. Sie verwenden schwarze Rhetorik wie Schlauch im Hals. Finanziert mit Millionen und Abermillionen von Politik und Pharmaindustrie wird ihnen eine Scheinwert vorgegaukelt, fast wie in der Matrix. Wie wir alle wissen, ist für die Frage, ob wir eine rechtmäßige Meinungsäußerung haben oder nicht. Die erste Frage haben wir eine Tatsachenbehauptung. Und jetzt kann man natürlich bei vielen Sachen sagen, das ist eine persönliche Wertung, zum Beispiel zu sagen, es ist schwarze Rhetorik. Das darf Herr Homburg. Allerdings zu behaupten, der Account Narkosedock sei ein Agenturteam, ist etwas, was nachvollziehbar ist. Denn Agenturteam bedeutet, dass hier mehrere Personen hinter einem Account stehen. Und hier im nächsten Satz heißt es ja auch noch, dass hier eine Finanzierung stattfindet durch Politik und Pharmaindustrie. Und das ist wohl eine Tatsachenbehauptung, die dem Beweis zugänglich wäre. Insofern glaube ich sehr wohl, dass Stefan Homburg hier eine Straftat begeht, wenn er eine falsche Tatsachenbehauptung über Narkosedock verbreitet. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob Stefan Homburg das selbst glaubt oder nicht. Vielleicht, weil er selbst reingefallen ist auf einen angeblichen Leak, der sich Herr Homburg herausstellt als völlig unbedeutend. Denn auch die Verbreitung von falschen Tatsachen, die man glaubt, ist als üble Nachrede strafbar nach § 186 StGB. Jetzt obliegt es natürlich Narkosedock selbst, ob er Strafanzeige erstatten möchte oder nicht. Einen Verstoß gegen die Twitter-Regeln haben wir allemal, denn für die Löschungspflicht kommt es nicht darauf an, ob der Strafantrag tatsächlich gestellt wurde. Darüber hinaus gibt es verschiedene Vorschriften in den Gemeinschaftsstandards von Twitter, ich will mal Facebook sagen, die es verbieten, Klarnamen oder andere persönliche Daten zu offenbaren. Nun, was wir also feststellen, das, was Stefan Homburg nicht wahrhaben will, nämlich dass Narkosedock tatsächlich ein Intensivmediziner ist, das, genau das, hat sich als Wahrheit erwiesen. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch.